Ja, schön Dirk, dass ich dich hier treffe. Es geht ja wieder um unsere Quickies. Also wir sind sozusagen die Energie-Quickies. Und Dirk, du bist ja auch Unternehmer. Ja. Was genau musst du morgens erleben, wenn du zur Arbeit kommst, in dein Büro kommst? Was gibt dir da Energie? Ja, was gibt mir Energie? Wenn ich morgens reinkomme, allein die Sonne schon wie heute, ein schönes Wetter, das motiviert mich schon von alleine in das Büro reinzukommen, einfach die Farben zu sehen, die Menschen zu sehen, das ist eine Geschichte. Das Zweite ist aber, mein Büro ist gleich am Anfang und ich freue mich jedes Mal, wenn die Menschen vorbeiströmen und mit Lust auf die Arbeit kommen und ein fröhliches Hallo Dirk sagen und da schreibe ich dann, sage ich was zurück wie Hallo Jens oder Hallo Simone und ich merke diese Resonanz dabei und das gibt mir Energie für den Tag. Ah ja, das heißt, in dem Moment, wo du in Kontakt kommst mit deinen Mitarbeitern, gibt zumindest eine Idee, er freut sich auf die Mitarbeiter. Je launcherst repl minutes. Und dann, gehen wir noch damit. Bis zum nächsten Mal. 臣